Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benni. Schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Syngonie vermehrst. Dabei ist es eigentlich egal, was du hast oder welche Art von Syngonie du hast, du möchtest sie einfach nur vermehren. Das ist eigentlich total einfach. Was brauchst du? Du brauchst eigentlich eine Schere. Wenn du es hast, wäre es cool, und zwar Zimt. Das ist ja zum Beispiel einfaches Ceylon-Zimt von Kanya. Also normalerweise das, was man auch zum Wurzeln benutzen kann. Und natürlich eine sehr große Syngonie. Oder die Syngonie, die ihr theoretisch vermehren wollt. Das heißt, welche Art von Syngonie könnt ihr eigentlich benutzen? Das ist eigentlich völlig egal. Ihr könnt zum Beispiel dieses wunderhübsche Stück hier nehmen. Fun Fact, das war meine allererste Syngonie, die ich auf Semi-Hydro umgestellt habe. Da habe ich halt auch einen Tipp zu gemacht, auch ein Video zu gemacht. Ganz einfach. Zum Beispiel diese wunderschöne Art von Syngonie, die ihr theoretisch auch schon im Baumarkt kriegen könntet. Oder ihr habt zum Beispiel ein bisschen was, bin ich schwach, ein bisschen was Selteneres. Oder ihr habt zum Beispiel diese wunderschöne Syngonium Three Kings zum Beispiel. Die hat jetzt hier zum Beispiel noch so ein bisschen variierte Blätter. Also hier so einen kleinen helleren Bereich, was halt auch ziemlich zufällig ist. Genau, die könntet ihr vermehren. Oder natürlich eine Albo Variegata könntet ihr benutzen. Oder eine Mottelt. Das ist völlig egal. Genau, diese Sachen braucht ihr. Und ich zeige dir jetzt, wie du sie vermehrst. Und zwar, ihr braucht eine sehr lange Syngonie. Zum Beispiel, ich habe euch hier eine Mottelt mitgebracht. Sie ist wirklich schon sehr lang. Sie hat auch einen sehr langen Trieb. Mal gucken, ob ich ihn irgendwo finde. Genau. Sie hat einen sehr langen Trieb. Und zum Schluss gucken wir da ein paar Blätter aus. Zum Beispiel, so sieht die Mottelt halt aus. Da habe ich hier ein paar schöne Blätter. Entweder die beiden, die jetzt also gerade so schön in die Kamera ragen. Die sind natürlich sehr, sehr faszinierend. Hier so eine Mottelt zum Beispiel. Diese Art von Blätter. Oder hier, wenn sie nicht so viel Licht kriegt, dann sieht das so aus. Hier ist noch weniger Licht. Und das ist das neueste Blatt. Ihr braucht sozusagen eine Syngonie. Im perfektesten Fall hat deine Syngonie auch noch solche Luftwurze. Das wäre halt wirklich perfekt. Das heißt, ich erkläre dir jetzt halt erstmal so genau, worauf du achten musst. Zum Beispiel, in dem Fall ist es natürlich sehr einfach, weil die Pflanze halt wirklich sehr lang ist. Und ihr da jetzt nicht so viel falsch machen könnt. Theoretisch, wo vermehrt sich die Syngonie? Also, das hier. Ich blende dir heute auch bestimmt hier gleich noch ein Bild ein. An der Seite. Das hier ist ein Wachstumspunkt. Das da. Da, wo die Wurzeln rauskommen. An der Seite haben wir natürlich... Okay, vielleicht ein falsches Beispiel. Hier. Hier haben wir den Wachstumspunkt. Hier haben wir auch schon so kleine Luftwurzeln. Hier haben wir das Blatt, was wir letzten Endes brauchen. Und dann geht das hier weiter mit dem Stämmchen. Dann haben wir hier wieder genau das Gleiche. Ein Wachstumspunkt. Dann habe ich hier ein Blättchen. Und hier, das ist der Haupttrieb oder der Kopfsteckling, würde man dazu sagen. Hier wächst die Pflanze weiter. Hier in dem Fall sieht man vielleicht ein bisschen, hier kommt die nächste, der nächste Note oder der Wachstumspunkt. Und das ist das Blatt. So, also genau. Was machen wir jetzt theoretisch? Wir nehmen jetzt unsere Schere. Wäre sehr cool, wenn ihr die vorher irgendwie desinfiziert. Also nicht, dass das irgendwie euer Fleischermesser ist. Weil ansonsten fangen euch an, die Stecklinge irgendwie einzugehen oder wegzuschimmeln. Das heißt, kocht das irgendwie vielleicht kurz ab, wascht das mit Wasser oder mit Seife ab oder irgendwie sowas. Oder desinfiziert das vorher. Das wäre irgendwie sehr schick. Und was ihr jetzt theoretisch auch noch darauf achten müsst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, was ich eigentlich immer sehr gerne mache, ihr habt einen sehr langen, ihr habt jetzt in dem Fall so einen sehr schönen langen, eine sehr lange Ranke. Und fangt jetzt nicht an, irgendwie direkt hier, direkt unterhalb, unterhalb des Wachstumspunktes halt abzuschneiden. Er sagt, okay, ihr nehmt euch jetzt sozusagen so das ganze Stück, wenn ihr das habt. Und guckt, okay, wo ist denn der nächste Wachstumspunkt? Der wäre jetzt zum Beispiel hier. Und schneidet jetzt zum Beispiel genau, ich mache jetzt eigentlich mal 50-50. Von Wachstumspunkt zu Wachstumspunkt 50-50. Dann könnt ihr das halt vielleicht immer noch vielleicht ein Stückchen vorkürzen. Aber wenn ihr das halt wirklich 50-50 macht, wie zum Beispiel in dem Beispiel hier, seid ihr wirklich auf der richtigen Seite. Denn ihr müsst halt immer darauf achten, dass das halt trotzdem immer ein bisschen anfängt zu schimmeln oder wegzufaulen. Und wenn ihr das halt wirklich direkt hier an dem Wachstumspunkt macht, dann habt ihr halt eigentlich wirklich immer schlechte Karten, wenn ihr das jetzt genau hier abschneidet. Weil dann geht halt euch die Pflanze verloren. Wenn die Pflanze halt wirklich schon so wie hier so ohne Ende Wurzeln bildet, dann ist es das das Perfekteste, was du haben kannst. Ihr könnt das auch theoretisch ohne machen. Dann dauert es aber ein bisschen länger. Oder die Gefahr ist halt dann sehr groß, dass die Pflanze euch eventuell nicht überlebt. Aber Syngonien allgemein sind da doch schon sehr widerstandsfähig. Das heißt, wir nehmen uns jetzt unsere Schere und wir schneiden jetzt unseren ersten Steckling. Genau. Das heißt hier in dem Fall, wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Das hier ist der Kopfsteckling. Das heißt, wir haben jetzt hier das neue Blatt. Hier an dem neuen Wachstumspunkt schneide ich nicht ab, weil das ist zu gefährlich, weil das wird halt nichts, weil die Pflanze noch die ganze Energie braucht, um das Blatt rauszu- oder sich zuzuentwickeln. Das heißt, wir gehen jetzt eins nach unten und sagen jetzt hier, das ist jetzt unsere erste Note. Die hat auch schon eine kleine Wurzel. Wir suchen uns wieder das nächste Blatt. Der nächste Wachstumspunkt, der ist hier unten. Sagen wieder 50-50. Das geht jetzt hier so ein bisschen in der Ecke. Interessiert mich nicht. Und schneiden wir jetzt hier ab. Damit haben wir jetzt sozusagen unseren ersten Steckling. Das ist der Kopfsteckling. Der hat eigentlich immer mit am meisten Überlebenschancen, sagt man eigentlich immer. Den legen wir jetzt halt erstmal zur Seite, denn wir schneiden noch ein bisschen weiter. Das heißt, wir gucken wieder. Wir haben wieder so ein wunderschönes Blatt. Hier haben wir eben gerade geschnitten und gucken wieder, wo geht es jetzt wieder hin. Das ist hier unten. Wir machen jetzt wieder wirklich Hälfte, Hälfte. So, und schneiden. So, und damit haben wir jetzt wieder unseren zweiten Steckling. Das ist hier auch noch so ein schönes Blatt. Legen ihn zur Seite. Wir schneiden noch, glaube ich, noch eins. Dann schneide ich die jetzt gleich so ein bisschen zurück, weil die ist mir sowieso viel zu lang. Wie auch hier immer das Gleiche. Wir kennen das Spiel wieder. Hier ist der nächste Punkt. Da ist der, den ich haben will. Wir machen Hälfte, Hälfte. Wir schneiden. Und damit sind wir jetzt fertig. Ja, das heißt, wir... Ich lege die Pflanze jetzt wieder so komisch zurück. So hinlegen, dass ihr sie so noch sehen könnt. Na, guck mal, das ist auch so schick, oder? Genau, das heißt, wir haben jetzt ein paar Stecklinge. Ganze drei Stück. Und was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt ein bisschen Zimt. Das heißt, ich habe mir das hier in so eine kleine Schale gesteuert. Das ist wirklich das pure Zimt. Ich habe mir noch so einen kleinen Löffel, damit ich das hier so ein bisschen lockern kann. Und da tunken wir jetzt sozusagen die Schnittkanten halt ein. Warum machen wir das? Und zwar Zimt hat so eine kleine antibakterielle Wirkung. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier so eintaucht, hier haben wir ja gerade frisch abgeschnitten und wir tunken das jetzt hier einfach so ein, damit das jetzt hier so ein bisschen abgedeckt wird. Und das machen wir mit der anderen Schnittkante halt auch. So, und damit sind wir jetzt fertig. Und zwar damit verringert ihr die Möglichkeit oder die Chance, dass euch der Steckling irgendwann anfängt, wegzuschimmeln, abzusterben. So, das lassen wir jetzt halt vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten, einfach ein bisschen einwirken und legen den wieder zur Seite. Das machen wir jetzt mit den anderen Stecklingen theoretisch auch. Das heißt, wieder hier haben wir abgeschnitten, tunken das einmal hier, tunken das einmal da und sind fertig. Fertig Teil 2, fertig Teil 3, dritter Steckling. Wir tunken das jetzt hier wieder rein, sind fertig. Oben brauchen wir nicht, weil das ist ja der Kopfsteckling. Müsst ihr das theoretisch machen? Nein. Es wäre schön, wenn. Müsst ihr aber eigentlich nicht, denn ihr müsst halt sozusagen damit rechnen, dass euch dann theoretisch euch halt so ein bisschen was vom Stamm wegfault und dass das halt so ein bisschen schwarz wird. Aber deswegen haben wir ja hier extra sehr viel Platz gelassen, damit euch das nicht passiert. Genau, damit müsst ihr theoretisch rechnen. Das heißt, wenn eure Schere nicht wirklich so desinfiziert war, wie ihr euch das vorgestellt habt oder ihr sagt einfach, naja, brauche ich nicht, dann sind da ja Bakterien oder Viren dran und die fressen sich so langsam durch den Stamm und das verhindert ihr eigentlich damit. Genau, deswegen sagt man eigentlich immer, immer Zimt ist da eigentlich sozusagen so das, so das, das erste Mittel, was man im Haus hat. Ihr könnt aber auch sämtliche andere Mittel benutzen, aber Zimt zum Kochen hat man ja irgendwie immer da oder könnte man und deswegen ist das eigentlich ganz, eigentlich ganz cool. So, eine andere Sache, die wir jetzt machen könnten, wenn ihr zum Beispiel so sehr große Blätter habt, dann könntet ihr die theoretisch noch halbieren. Warum macht man das? Zum Beispiel, wenn ihr so richtig große Gloriosum-Blätter habt oder so und ihr habt da nur so einen kleinen Steckling, dann fängt man, dann macht man halt eigentlich immer gerne das. Man nimmt das Blatt und man halbiert das. Das heißt, ja, wir haben ja hier noch diese zwei Flügel und man könnte sagen, okay, wir schneiden jetzt halt ungefähr so auf der Höhe das Blatt ab. So, das machen wir jetzt vielleicht mal mit dem Steckling. So, warum macht man das? Und zwar, die Pflanze versucht jetzt, also ich, was ich, was wir wollen. Wir wollen ja theoretisch, dass der Steckling die ganze Energie in die Wurzelproduktion steckt. Das heißt, dass die Pflanze so schnell wie möglich neue Blätter kriegt und dann an irgendeinem von diesen Punkten hier oder irgendwo hier dringend so rum, kommt eine neue Pflanze raus und die wächst dann hier sozusagen raus. Und das möchten wir. Wir wollen zuerst natürlich gute Wurzeln und dann die neue Pflanze. Das ist das, was wir möchten. Wenn ihr jetzt aber ein sehr großes Blatt habt, dann kann es halt passieren, dass die Pflanze sagt, okay, ich habe ja hier Wurzeln, aber ich darf das Blatt nicht verlieren. Wenn ich das Blatt verliere, ist es halt erst mal doof, weil dann kriege ich keinen Chlorophyll, dann kriege ich keine Energie und keine Sonne und das ist richtig, richtig doof. Das heißt, die Pflanze versucht jetzt sozusagen die ganze Zeit, die ganze Energie, die sie hier unten mit diesen stünderer Wurzeln hat, oder vielleicht kriegt sie wirklich eine lange Wurzel, versucht die ganze Zeit, das Blatt am Leben zu erhalten. Und das ist halt wirklich doof und das ist nicht das, was wir wollen. Denn dann dauert das nicht irgendwie eins, zwei Monate, bevor ihr da wirklich Ergebnisse seht, sondern dann sehen wir uns gefühlt in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder. Das hatte ich theoretisch auch schon, denn das dauert halt wirklich dann so lange, dass ihr dann halt seht, okay, das Blatt sieht jetzt nicht mehr wirklich so schön aus, wie es halt vorher mal war, aber dafür kriegt ihr dann schnelle Ergebnisse. Müsst ihr das machen? Nee, ihr müsst halt nur damit rechnen. Also ich würde es halt nicht, ich würde es jetzt nicht so abschneiden. Das ist es halt nicht, sondern dass ihr so da sagt, ihr habt jetzt hier ein Blatt und da schneidet ihr irgendwie so ein bis maximal zwei Drittel ab, sodass ihr seht, okay, das Blatt ist schon wirklich wesentlich kleiner, als es vorher war. Und dafür ist es jetzt halt einfacher, dass die Pflanze halt immer noch Energie aufnehmen kann und die Energie, die sie hat, die reicht halt aus, um die vorhandenen Blätter zu versorgen, als auch neue Wurzeln und einen neuen Trieb zu versorgen. Und das ist das, was wir möchten. Das theoretisch, das können wir jetzt mit dem anderen Steckling halt auch noch machen. Mit dem Steckling, das Blatt ist mir halt wirklich ein bisschen zu groß. Das schneiden wir jetzt halt wieder so genauso ab wie vorhin. Dass man sagt, irgendwie so, ja, ich würde mal sagen so 60 Prozent, wenn ich mir das Blatt jetzt so angucke, dass man da jetzt so 60 Prozent halt abschneidet, denn ich habe ja hier noch diese kleinen Lappen und das reicht halt vollkommen aus. Dafür geht es jetzt wirklich schneller. Und da es ja das untere Blatt ist, ist es sowieso das erste Blatt, was darauf geht oder was halt sich dann verabschiedet, wenn die Pflanze wirklich größer wird. Bei dem Kopfsteckling bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen würde. Er ist zwar so das erste oder die sicherste Möglichkeit, damit die Pflanze überlebt, aber ach komm, wir machen es trotzdem. Wir haben jetzt hier dieses wunderschöne Blatt und schneiden das jetzt wieder ab wie vorher. Das könnt ihr halt auch mit jeder anderen Pflanze machen. Wie gesagt, das soll halt eigentlich nur dazu dienen, damit die Pflanze die Energie, die sie jetzt halt da unten aufnimmt, da reinsteckt, wo sie halt hin soll. Damit es halt nicht so lange dauert. Klar, es sieht nicht so schön aus, aber müssen wir dann halt damit leben. So, das Nächste. Wir haben jetzt diese Stecklinge. Also theoretisch, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns jetzt eine Syngonie genommen. Wir haben sie abgeschnitten. Wir haben die Wachstumspunkte, ihr wisst jetzt, was Wachstumspunkte sind. Dass ihr am besten Fall halt schon so kleine Luftwurzeln haben solltet. Das wäre wirklich so, dass das Note 1, weil das ist wirklich dann sehr viel einfacher und geht auch wirklich sehr viel schneller, als wenn ihr jetzt halt mit so einem Stumpen anfangen, mit so einem kleinen Stumpen, wo wirklich gar nichts dran ist. Das hier wäre zum Beispiel keine Wurzel, dieses kleine schwarze Stümperstück hier unten, weil das ist irgendwie abgestorben. Das könnt ihr irgendwie abmachen. Was euch interessiert, sind wirklich diese wunderschönen, festen, festen Wurzeln. Genau, weil die Pflanze sucht halt in dem Fall halt schon nach neuen Möglichkeiten, um Mineralien oder um Vitamine aufzunehmen. Die Pflanze sucht halt extra schon, extra schon danach. So, das heißt, wir, genau, ihr habt das jetzt abgeschnitten und ihr habt jetzt theoretisch eine halbe Stunde oder irgendwie sowas gewartet, damit das hier unten ein bisschen eingezogen ist, das Zimt. Was passiert jetzt? Jetzt könntet ihr euch theoretisch, also entweder ihr packt das jetzt direkt in die Erde, das könntet ihr zum Beispiel machen, also wenn ihr Wurzeln habt, so wie hier, dann könntet ihr es direkt in die Erde packen. Ihr müsst halt nur damit rechnen, dass die Blätter so die ersten paar Tage so ein bisschen traurig aussehen, weil sie halt noch nicht so wirklich gewohnt ist, Wasser aufzunehmen. Was ich theoretisch mache, ich nehme mir hier zum Beispiel, ich nehme mir, also ich nehme mir halt immer so ein kleines Trinkgefäß, das ist eine 1,5 Liter Flasche, ich schneide hier einfach oben ab, fülle das Ganze mit normalem Leitungswasser und stelle dann da meine Stecklinge rein und packe sie dann in diese Wachstumsbox. Das heißt, hier stehen alle meine Pflanzen, das ist eine normale Ikea-Box, in diesen Wasserflaschen drin. Und warum mache ich das? Weil diese Pflanze, oder die Pflanzen haben mit drin eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, die Pflanze kann nicht nur über die Wurzeln Mineralien aufnehmen, sondern halt auch, wenn sie möchte, oder zumindest nur Wasser über die Blätter. Das ist zum Beispiel halt auch ein sehr guter Punkt. Dass ihr, wenn es geht, ihr eine hohe Luftfeuchtigkeit beschafft. Das ist so das Perfekteste, was ihr machen könnt. Das heißt, hier zum Beispiel, jetzt hier mal ein bisschen vom Thema abgelenkt, ein kleiner, viele Lendron, mein kleiner Knoblauch, der kriegt ja wirklich schon sehr schöne, sehr schöne, sehr schöne Wurzeln, die ich jetzt nie wieder reinkriege. Ihr kriegt auch noch so ein bisschen Kalus, heißt das, glaube ich. Diese, diese, das hier, diese, diese ersten Wurzelbildungen, das ist halt auch ein sehr schönes Zeichen. Und genau, ich möchte das irgendwie so hinstellen, dass es mir jetzt nicht umfällt. Genau. Und da könntet ihr jetzt halt theoretisch eure Pflanzen halt direkt reinstellen. Wenn ihr das macht, dann solltet ihr eher daran denken, dass ihr in den ersten Tagen relativ regelmäßig das Wasser wechselt. Denn hier dieser Zimt, der geht, der löst sich so ein bisschen im Wasser auf. Das ist vielleicht für einen Tag ganz cool, aber wenn das da länger drin ist, dann fängt das an zu schimmeln, an zu faulen an, dann riecht das komisch und dann gehen eure Stecklinge ein. Das heißt, ihr müsstet halt wirklich in der ersten Woche, ich würde euch mal raten, so zwei bis drei Mal das Wasser wechseln. Und wenn das dann halt erst mal klar ist, dann könntet ihr irgendwie jede Woche ein, einmal, zweimal Maximum das Wasser wechseln. Wenn ihr so eine Box nicht habt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Stellt das Ding, also dieses Gebilde dann, na komm, wir können es ja trotzdem mal machen, dieses Gebilde stellt das dann, nee, wir nehmen gleich mal den hier, dieses Gebilde stellt das nicht, stellt das nicht direkt in die gleisende Sonne, wie mit allem anderen, kriegt ihr denn hier allem drin und das ist halt nicht schön, wenn es halt auch wirklich geht, wenn ihr das irgendwie beeinflussen könnt. Ich habe jetzt ja hier zwei Schnittpunkte. Ich würde auch maximal einen Schnittpunkt, dass ein Schnittpunkt die ganze Zeit im Wasser steht. Das heißt, ich würde den oberen, den oberen jetzt halt wirklich trocken lassen. Das verhindert so ein bisschen, dass halt, dass ihr an zwei Stellen dann eventuell Fäule habt. Das heißt, ich würde das dann irgendwie nur, ich würde das dann halt so lassen, dass der eine irgendwie immer ein bisschen frei steht und nicht so wie jetzt, dass das dann halt wirklich unter Wasser steht. Nicht in die Knalle Sonne stellen, denn das fängt an zu Algen, das wird sehr heiß und das verträgt die Pflanze nicht. Klar, mollige 25 Grad von unten sind in Ordnung mit einer Heizmatte, aber jetzt nicht. Sommer, Sonne, Sonnenschein, 30 Grad und Gippen 1, das findet die Pflanze überhaupt nicht schön. Was könntet ihr machen? Apropos Luftfeuchtigkeit, damit die Pflanze nicht nur Wasser oder in den ersten Tagen Wasser über die Wurzeln aufnimmt, sondern auch über die Blätter. Dann könntet ihr euch zum Beispiel, es gibt so einen kleinen Fruchtbecher, die haben hier unten, die haben oben noch so eine runde, noch so eine runde Kappe, die könntet ihr abnehmen, und das könntet ihr nehmen. Ihr könntet aber auch einfach so eine kleine Mülltüte rüber machen. Ihr müsst nur sehen, dass das halt wirklich fest ist, dass die Luftfeuchtigkeit nicht rauskommt. Das könntet ihr machen. Braucht ihr es? Nö. Ihr könnt es halt auch ohne machen. Es würde der Pflanze nur helfen, schneller mehr Feuchtigkeit aufzunehmen, denn da ist jetzt gerade pures Chaos, weil die Pflanze weiß nicht schon, mein Gott, was ist jetzt los, dass ihr der Erde so ein bisschen entgegenkommt. Nehmen wir mal an, ihr habt die Pflanze jetzt direkt in das Wasser gestellt, ihr habt jetzt theoretisch 1, 2 Monate gewartet, und da sind halt schon Wurzeln da. Wie sehen die aus? Genau, da habe ich hier schon mal ein bisschen was mitgebracht. Oh je. Zum Beispiel die Wurzellänge, das wäre schon längst überfällig für mich, weil die Pflanze ist jetzt glaube ich schon seit 1, 2 Jahren drin. Das heißt, wenn die Wurzeln so vielleicht so die Länge erreicht haben, dann ist das halt wirklich schon völlig ausreichend. Das ist wirklich schon sehr safe oder sehr sicher, dass die Pflanze euch nicht eingeht. Das ist hier zum Beispiel genau auch eine Mottelt. Wenn ihr theoretisch eine Mottelt einen umtopft, oder wenn ihr versucht, kleine Stecklinge von der Mottelt zu machen, dann ist das völlig normal, dass die ersten Blätter keine Variation haben. Habe ich festgestellt. Die mag das wirklich überhaupt nicht, dass die Stecklinge über Stecklinge vermehrt wird. Das behebt sich aber. Das heißt, wenn ihr die halt wirklich sehr viel mehr Licht gebt und die nächsten Blätter werden dann halt wieder ein bisschen variierter, habe ich festgestellt, dass das richtig doof aussieht, aber die nächsten Blätter werden besser. Zum Beispiel das hier wäre zum Beispiel ein Steckling, der hier schon sehr lange steht. Hier habe ich theoretisch auch noch das Gleiche mit so ein bisschen Geschwüren da unten. Das steht hier halt auch schon wirklich sehr lange. Es hat auch noch eine Mottelt. Und dann habe ich hier, glaube ich, meinen einzigen Albo-Variigata-Steckling, den ich halt habe, weil mir ist die Pflanze, ich habe die Pflanze irgendwann mal abgeschnitten und dann ist so das hier daraus geworden. Das ist wirklich eine lange Wurzel. Müsste ich wirklich ganz dringend umtopfen oder einpflanzen. Genau, wenn das irgendwie dann so die Länge hat, dann ist das in Ordnung. Oder vielleicht halt auch schon so, das reicht. Genau, das heißt, wie sehen die Wurzeln aus oder welche Länge müssen sie haben, damit ihr das einpflanzen könnt? Ich würde mal wirklich auch mal ganz frech behaupten, dass wenn die Wurzeln, Luftwurzeln wirklich schon so lang sind, dass ihr damit auch theoretisch schon direkt in die Erde gehen könnt. Weil das ist so die Länge, die Wurzeln sehen gut aus und das dürfte theoretisch halt auch schon ausreichen, um sofort Nährstoffe und Co. aufzunehmen. Klar, die erste Woche sieht es vielleicht ein bisschen traurig aus, aber danach dürfte das halt auch sofort anlaufen. Wenn ihr es nicht habt oder die seht, die Frenzen sieht jetzt halt erstmal so aus und ihr habt dann nur so einen kleinen Regenwurm da rausgucken, dann würde ich da erstmal ein bisschen vorsichtig sein und erstmal ein bisschen in Wasser stellen. Und damit habt ihr jetzt sozusagen eure Syngonium vermehrt. So einfach geht es eigentlich. Braucht ihr jetzt noch irgendwas von mir? Ich denke mal ganz kurz nach. Zimt, genau. Braucht ihr? Braucht ihr nicht? Ich habe euch ja generell erstmal nur Vorschläge gemacht. Wie zum Beispiel diese Wachstumsbox, wie ihr sie aufbaut. Könnt ihr vielleicht in dem oberen Video sehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Wurzeln habt und ihr habt jetzt und eure Pflanze sieht jetzt halt wirklich so aus mit den Wurzeln, dann seid ihr eigentlich frei zu entscheiden, in welches Substrat ihr sie topft. Das heißt, ihr könntet normale Erde nehmen, so der Klassiker. Ihr könnt euch aber auch mal in Semihydro probieren. Das habe ich euch hier oben gezeigt, wie ihr das machen könnt, wie ihr eure Pflanze sozusagen in Semihydro gewöhnen könnt. Da ist ein Trips drauf. Ja, ich hasse diese Viecher. Könnt euch ja zum Beispiel an Semihydro gewöhnen. Gerade Syngonien sind ja sozusagen das Einfachste, was es gibt. Und wenn ihr da sowieso schon drei, vier, fünf Stecklinge geschnitten habt, dann probiert das doch einfach mal aus mit so einem Selbstbewässerungstopf. Das finde ich irgendwie ganz schön, damit die Pflanze euch dann sagt oder der Topf euch sagt, ey, gieß mich oder gieß mich nicht. Dass ihr dann halt wirklich seht, ob der Wasserstandsanzeiger niedrig ist oder nicht. Das finde ich eigentlich immer sehr praktisch. Ihr könnt es auch in sämtliche andere Substrate der Welt topfen. Ihr könnt Perlite, Lichuzapon, Aquarien, Substrat, Kalksteine oder was weiß ich was nehmen. Es ist euch überlassen. Ihr könnt wirklich an dem Zeitpunkt dann machen, was ihr möchtet. Oder das, womit ihr euch am sichersten fühlt. Wenn ihr herumexperimentieren wolltet, dann sind jetzt Syngonium, also jetzt nicht so eine variierte Version, sondern sowas Unzerstörbares hier unten oder eventuell auch noch eine Mottelt, perfekt fürs Herumexperimentieren. Denn Syngonium finde ich persönlich mit Philodendronen sind sozusagen eine mit der zerstörbarsten und anfängerfreundlichsten Pflanzen, die man halt haben kann. Gerade wenn es auch um Erhalt von Varicationen geht, dass ihr da so ein bisschen herumexperimentiert und fangt mit einer Syngonia an und probiert euch dann halt aus, was euch am besten gefällt. Genau. Dann sollt ihr sozusagen frei zu entscheiden, was ihr damit macht. Puh. So, das war ziemlich lange. Ich hoffe, ich hatte das Video gefallen und ihr wisst ja sozusagen, wie ihr eure Syngonium am besten vermehrt. Wer jetzt ja noch irgendwelche Hilfestellungen braucht oder irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich antworte da eigentlich immer so einmal die Woche. Wenn es halt wirklich bremnt, dann gucke ich da auch mal länger oder dann antworte ich auch mal schneller. Ansonsten würde ich sagen, Wuff. Bis nächste Woche Sonntag um 10 Uhr. Bis gleich.